Und damit Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer Runde. Chrisio erklärt, wie man endlich, wie man endlich seine Powerkraft zurücksetzen kann. Das Ganze ist ein altes Video, bei dem ich von meiner Quantumkraft auf die Atomikraft umgestiegen bin, auf das ich über das jetzt rüberquatschen werde sozusagen. Und ich hoffe, es gefällt euch, weil viele haben nachgefragt. Ich kriege pro Woche, glaube ich, so 20 Anfragen. Chrisio, wie verändere ich meinen Power-Type? Ich muss zum Voraus sagen, das Ganze kostet echt Geld. Und ja, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Ansonsten guckt es euch an. So, ja, hier sehen wir schon den lieben Chrisio stehen. Der wird jetzt gleich ins Menü gehen mit Escape und geht dann unten rechts auf den Marketplace. Es ist ganz wichtig, dass man halt in den Marketplace geht und dort dann auf Upgrades geht. Ich hole mir jetzt noch meinen All Access Member Rewards, einfach weil, das man machen sollte als All Access Member jeden Monat, dass man dann sein Daybreak Cash, 500 Daybreak Cash kriegt mal als All Access Member und kann sich davon dann schöne Sachen kaufen. Eigentlich müssen wir jetzt auf Upgrades gehen. Chrisio stockt noch ein bisschen rum, weil es so schönes im Store gibt. Könnt ihr vielleicht auch was anderes Schönes holen. Aber er geht jetzt gleich auf die Upgrades, genau. Und dort wählt er dann das Respect Token Power-Type aus. Genau. Das Ganze kostet eigentlich 1.000 Daybreak Cash. Für mich 900, weil ich ein All Access Member bin. Ansonsten für die, die kein All Access haben, kostet das Ganze 1.000. Also 10 Euro dementsprechend oder 9 Euro, wie es jetzt in meinem Fall sind. So, ja, wähle das mal bitte. Dankeschön. Ja, jetzt auf Buy. Die alte Chrisio ist etwas langsam gewesen, muss man dazu sagen. Ja. Ja, 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 kaufen. Wichtig dazu sollte man sagen, dass man das Respect Token erstmal kaufen, man kriegt es dann ins Inventar. Und sobald man das anwendet, hat man nicht mehr die Möglichkeit, seine alten Kräfte zu verwenden. Das finde ich immer wichtig zu erwähnen, weil viele denken dann einfach, ja, das geht nicht. Ich kann jetzt noch das und das. Im Inventar ist es noch nicht schlimm, wenn ihr es jetzt so gekauft habt. Dann habt ihr die Kraft euch zurückgerissen. Da habt ihr jetzt das Respect Token Power-Type. Und sobald ihr einen Restlicht darauf macht, könnt ihr die neue Kraft wählen. Aber damit ist eure alte Kraft verloren. Also ihr kommt dann nicht auf eure alte Kraft zurück, das heißt, ihr kauft euch noch ein Token. Ja, das wäre irgendwie schwachsinnig. Erstmal zumindest. Genau, dann verwende ich die Atomik-Kraft. Und ja, jetzt können wir gleich auch schon sehen, dass in meinen Kräften die neuen Skills sind drin. Wenn wir auf Powers gehen. Nicht auf Skills, sondern auf Powers, bitte. Dankeschön. Da sieht man schon Radioactive und Nuclear. Die müssen natürlich alle neu geskillt werden, weil das ist natürlich klar. So, das wäre es auch schon. Wenn ihr mehr von so einem kleinen Mini-Tutorial sehen wollt, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Weil viele haben echt nachgefragt. Also, würde ich einfach sagen, das war es für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.